Osnard rückt dann gefährlich durch Miemann und der trifft auf zum 1 zu 1 in der 27. Minute. Noël Miemann, er ist nicht mehr der Nullmann, hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder versucht und sein erster Saisontreffer ein Gewaltschuss mit vollem Risiko. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.